An diesem KF 500 präsentieren wir Ihnen die vollständige, beschlagsfreie Profillinie. Ein besonderes Augenwerk legen wir auf das Thema Design. Wir haben versenkbare Griffe und wir haben im Außenbereich eine in Österreich bis jetzt meines Wissens nach einzigartige Designlösung. Es ist eine Mischform aus flächenbündig und versetzter Aluminiumschale. Das heißt, ich habe eine normale Steckdose und habe auf der Steckdose auch die Möglichkeit, hier ein Gerät mit einem OSB-Stecker anzustecken und aufzuladen. Zum Beispiel kann ich damit jetzt mein Telefon hier zusätzlich aufladen, kann die Steckdose auch weiterverwenden und kann irgendwo das Telefon hinlegen. Wir verwenden den Chip des Tieres als Hauseingangsschlüssel und so kann sich Ihre Katze oder Ihr Hund und nur Ihre Katze die Tür selbstständig aufsperren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal.